Also ihr seid aber auch alle mit auf dem Foto drauf, die Band kehrt euch jetzt den Rücken zu. Ihr könnt aber im Hintergrund richtig die Arme hochreißen und mitjubeln. Macht das mal alle. So, wir jubeln die Band an. Seid ihr bereit? Einfach nur klatschen und schreien. Wohin, wohin, wohin. Eins. Nee, Jürgen ist noch nicht so weit. Hättest du ja mit meiner Handykamera schneller Fotos gemacht. So. Eins, zwei, drei. Yay. Und jetzt schreiben wir den Bandnamen. Eins, zwei, drei. Yama Tami. Nummer eins, zwei, drei. Yama Tami. Und nochmal. Eins, zwei, drei. Yama Tami. Der Merz schreibt ja am lautesten. Der ist so laut. Ich könnte jetzt in Köln sein. Ich würde ihn trotzdem hören. Schrei nochmal. Yama Tami. Yama Tami. Ja, aber Yama Tami. Yama Tami. Yay. Sehr gut. Und dann in Köln.